Oh jetzt sind wir wieder Mr.Detective Willkür on the Case. Wölfe greifen an, mein Lord! Oh ja, das ist auf jeden Fall die richtige Wohnung. Oh, lol. Nee, jetzt sind wir wieder eine Frau. Ja. Wer ist da? Die Polizei. Okay, ich muss mal sowas anziehen. Äh. Warte, ich zieh mir kurz was an. Nee, kennst du nicht. Oh, armer Detective. Ja, erstmal die Wohnung durchfälzen. Erstmal seine Schwester anmachen. Okay. Okay. Ich muss kurz das Bett checken. Tja, kann ich nicht. Da liegt nur Bomben. Und Gras. Egal. Jetzt ein Heft. Auch nicht. Diesen Zettel. Lesen. Auch nicht. Okay, dann fahren wir. Dann fahren wir. Dead ahead. Strand Action. Überliegend Brief, Papierschnipsel, aber ich kann nichts lesen. Das ist so schade. Ah, ich bin ins falsche Haus eingebrochen. Moment. Ja. Ey. Das nehme ich für seltsch. Okay. Dann nehme ich sie ab, weil wir mich einfach zur Hölle. Oh. 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 Das war unfair. Boah. Gehen wir hier. Sack. Oh. 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 Haha. Das ist ein etwas komplizierteres Level. Hast du das Gefühl? Oh. 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 schnell mit. Und das war noch Style. Alles klar, wissen wir was wir machen. Nein, ich wollte ihn nicht so finishen. Anfang ist schon richtig, richtig asig, muss ich sagen. Nee, einer funktioniert so nicht so einfach. Penner! Katze mehr! Ja komm, hier, hier. Ich wollte das Messer nicht wegwerfen. Mach ich mal! Okay, am Ende muss ich mich besser konzentrieren. Dann fuchst du mich besser auf. So, du, du. Ich bin einfach gesnackt. Das geht nicht. Aua. Okay, komm, steh auf. So, du gehst mich so auf. Ganz besonders der. Das ist der Schnupste. Warum hat er keine Waffe, dessen verdammter Polizist? So, wie es mal passiert. So, schöne Kombo rausgehauen, zack. Da, noch Gegner. Schnappen wir uns das Messer. Hui. Bleiben daneben. Schnappen uns die Machete. Machen ihn. Aufpassen, sonst backsteppt er uns. Mussten wir jetzt kurz machen. Ach. Stirb, 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 stirb. Stirb. Alter. Messer. Ja, Messer-Mörder-Expert. Gibt's da nicht. Nicht hier drauf. Penner! Haha, hat er aus dem Entdeckung geschaffen. Oh, scheiße. Succesor. Ich bin verblutet. Ich hab einen Schuss in den Rücken bekommen und der hat mir letzten Endes den Rest empfiegt. Der unten hat doch einfach vorgeschossen. Das war echt fies. Nein, nein, nein. Aua. Werbeberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberber Ich weiß auch gar nicht was ich denken möchte, der Polizist. Er sucht ja den Typen wahrscheinlich. Wir kriegen Angst. Scheiße. Der hat mich jetzt, der hat mich jetzt gekriegt. Da musste ich kurz von ihm ausweichen. Der hat mich echt gemascht. Bisschen dupp. Dann haben wir eine gute 7er Combo rausgehauen. Ich habe es gleich nochmal gemacht. Das ist bisschen dupp gewesen. Wie kann ich denn? Nein! Ich glaube, das ist ein rechter und dicker Maus. Das ist gerade ein bisschen dieser. Oh. Machierte. Das ist nicht gut. Konzentration. 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 Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Oh ja. Ja. So. Jetzt alle weg. Fuck. Haha. Hat er nicht gemacht. Ja. Ich meine, das ist fällig. Oh. Irgendwie habe ich nicht gedacht, dass die aus der Richtung kommen. Aber sogar nicht. Mit jeder Richtung gerechnet. Außer mit mir. Jetzt haben wir glaube ich alle von denen gemacht. Die sind nicht einfach. Aua. Dann habe ich schon wieder verloren. Die sind da hinten sind echt nicht einfach zu machen. Aua. So. Okay. Dann gibt es jetzt Rage. Rage. Ich weiß, was der Fehler war, glaube ich. Fehler ist stehen zu bleiben. Oder in einer Linie laufen. Oder mit dem tödlichen Schuss gegen den Container schießen. Das könnte auch mal fehlen. Wohlmöglich. Oh. Alles klar. Alles klar. Mann ey. Wir brauchen ein Messer. Ich habe dir eine Waffe zugeworfen, mit der ich da auch mache. Geht jetzt. Oh. Oh. Mann. Ich habe schon wieder geworfen. Jetzt habe ich rechte Maus dafür gedrückt. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Oh. Haben wir alle? Nein. Oh. Und dann hat mein Popo rausgeguckt. Nooo. Ja. Scheiß drauf. Das war zu nah. Oh. Ich habe mich ein bisschen abgelenkt. Ja. So. Oben an die Waffe zu gehen ist nicht gut, weil der eine schießt schon, äh... Schießt schon vor. Das ist schwierig. Ja, dann auch. Ich blüte. Ach komm schon. Ja, aber jetzt habe ich das einfach reingesetzt. Aber wir hatten wenigstens alle Nahkensler jetzt weg. Ist ja auch schon mal ein Erfolg. Ich habe mich gehasht. Ich habe mich gehasht. Oh. Was ist das noch? Der eine Schuss, ey. Voll ins Gesicht. Nicht gut. Verständlich. Da habe ich wieder den Finisher gewählt, was mich gefinisht hat. Mal gucken. Warum das noch ein 4er-Kombo ist. Ich meine es waren immer noch 3, ne? Hm. Hm. Egal. So. So. Floor klärt. Das haben schon alle.